So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Zuhören, herzlich willkommen. Und das, was wir jetzt haben, ist eine richtige Bombe, muss man an der Stelle ganz klar hier sagen. Das hat richtig ganz großes Potenzial. Zumindest ist es notwendig, dass hier ermittelt wird und das mit einem Untersuchungsausschuss, würde ich hier an der Stelle vorschlagen. Es geht ganz speziell um das Innenministerium von dem Herrn Seehofer. Und die Welt hat heute Nacht einen Artikel veröffentlicht, Zitat, Innenministerium spannte Wissenschaftler für Rechtfertigung von C-Maßnahmen ein. Und das ist so absolut brisant, dieses Ding. Aber man findet da, zumindest habe ich jetzt in den Mainstream-Medien, außer im Fokus nichts dazu gefunden. Und im Fokus ist das jetzt auch kein Titelthema gewesen, sondern das ist hier ganz einfach in der Nachrichtenpolitik Deutschland, also in der Unterkategorie und war auf der Staatsseite auch ziemlich weit unten erst zu finden. Dementsprechend, wir gehen darauf ein, was ist hier passiert. Erinnert euch mal zurück an meine Videos aus dem letzten Jahr. Da haben wir über so ein ominöses Dokument im April rum letzten Jahres, müsste es gewesen sein, auch gesprochen. So ein internes Strategiepapier. Der eine oder andere, der mir länger hin dem Kanal schon folgt, wird das damals mitbekommen haben, dass das rausgekommen ist. Und damals hatte auch, habe ich mich zurückerinnert, am 7. April Abgeordneten watch.de darüber berichtet. Zitat, das interne Strategiepapier des Innenministeriums zur C-Pandemie. Das Bundesinnenministerium hat ein Strategiepapier ausgearbeitet, das den Umgang der Bundesregierung mit der C-Pandemie vorzeichnen soll. Zahlreichen Medien liegt das Dokument zwar vor, doch sie zitieren daraus nur auszugsweise. Veröffentlichen tun sie es nicht. Auch das Innenministerium selbst machte das Dokument bisher nicht zugänglich. Unser Partnerprojekt, fragt den Staat, hat das Strategiepapier nun veröffentlicht. Daran erinnere ich mich auch, haben wir nämlich auch unseren Livestream angeguckt. Wir dokumentieren es hier. Allerdings gibt es da noch ein Update dazu. Am 20. Mai wurde das Ganze auch beim Bundesinnenministerium selber auf der Website veröffentlicht. So, und wer das damals nicht mitbekommen hat, worum ging es jetzt eigentlich? Beginnen wir mal ein bisschen auf diesen Weltartikel ein, weil das wirklich sehr wichtig ist. Hier heißt es, Zitat, ein umfangreicher Schriftwechsel, der Welt am Sonntag vorliegt, zeigt, in der ersten Hochphase der Pandemie wirkte das Haus von Innenminister Horst Seehofer, also das Innenministerium, auf Forscher ein. Daraufhin lieferten sie Ergebnisse für ein dramatisches Geheimpapier des Ministeriums. Weiterhin, das Bundesinnenministerium spannte in der ersten Welle der C-Pandemie im März 2020 Wissenschaftler mehrerer Forschungsinstitute und Hochschulen für politische Zwecke ein. Es beauftragte die Forscher des RKI und anderer Einrichtungen mit der Erstellung eines Rechenmodells, auf dessen Basis die Behörde von Innenminister Seehofer harte C-Maßnahmen rechtfertigen wollte. Das geht aus einem 200 Seiten starken internen Schriftverkehr und so weiter vor. Und dieser ist nur, eine Gruppe von Juristen hat den E-Mail-Verkehr in einer mehrmonatigen rechtlichen Auseinandersetzung mit dem RKI erstritten. Sonst hätte man das gar nicht rausgekriegt. Sonst hätte man dieses gar nicht hier bekommen. Ja, in einem E-Mail-Wechsel bittet etwa der Staatssekretär im Innenministerium, die angeschriebenen Forscher ein Modell zu erweiten auf Basis, auf dessen Basis, Zitat, Maßnahmen präventiver und repressiver Natur geplant werden können. Maßnahmen präventiv, also vorsorglich, repressiv, weil das Wort nicht so geläufig ist, habe ich eine Definition, Zitat, unter einer doppelfunktionalen Maßnahme versteht man in Deutschland eine polizeiliche Maßnahme, die so war Gefahrenabwehr, präventiv, als auch der Strafverfolgung repressiv dient. Also Leute, was geht hier zur Hölle ab? Wo sind die Aufschreie? Wo sind die großen Wortmeldungen von zahlreichen Oppositionen und den Politikern, die hier fordern, dass das richtig aufgeklärt wird? Wenn ich in der Welt jetzt in die Kommentare hier gucke, Zitat von Markus B., wow, Maßnahmen präventiver und repressiver Natur, repressiv und zwar nicht evidenzbasiert, dieser Regierung bleibt eigentlich nur eins, der Rücktritt. Andreas S., soll das heißen, dass auf Grundlage gezielter Falschmeldungen die öffentliche Meinung manipuliert worden ist und diese als Vorwand für Eingriffe in Grundrechte gebraucht wurden? Fragezeichen. Wie werden das Straftrechtler wohl bewerten? Fragezeichen. Also Leute, was hier abgeht, ist nicht mehr normal. Es sind mittlerweile so viele kritische Sachen, die aus dem letzten Jahr als Verschwörungstheorien bezeichnet wurden, wahr geworden und zahlreiche Sachen sind definitiv noch offen und fragwürdig, die man hier endlich mal klar lösen muss und aufklären muss. Wo ist hier ein Untersuchungsausschuss, der endlich mal einberufen wird, damit das Ganze hier mal reinkommt? Aber nochmal, das RKI ist immer noch eine Bundesbehörde. Also wer noch nicht verstanden hat, für wen die eigentlich arbeiten, der tut mir leid an dieser Stelle. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten rein. Ich bin gespannt drauf, wie das Ganze weitergeht. Als nächstes habe ich hier eine interessante Aussage von Kretschmann, der Winfried Kretschmann von den Grünen, Ministerpräsident seines Zeichens von Baden-Württemberg. Und das ist eine ganz interessante Aussage. Er sagt hier, tatsächlich betitelt die T-Online-Seite das Ganze, Zitat, Lockdown light war falsch. So, aber es läuft jetzt nicht darauf hinaus, dass man denkt, ja klar, natürlich war der falsch. Richtig, hatte nachweislich nicht wirklich was gebracht. Also hätte man auch sein lassen können. Nein, er hat da eine andere Auffassung für. Er sagt nämlich hier, der Lockdown light im November war falsch. Die Einschränkungen gingen nicht weit genug. Tatsache. Ihr könnt ja eure Meinung, wie ihr den Lockdown light empfunden habt, mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe hier mehrfach über den Lockdown light berichtet und darüber gesagt. Dieses Leid suche ich immer noch. Das Einzige, was ich als Leid sehe, ist L-E-I-D geschrieben. Die Leute, die leiden. Die Menschen, die leiden. Die Betroffenen, die leiden. Die Firmen, die geschlossen sind. Die Unternehmen, die in Pleiten laufen. Und so weiter und so fort. Aber so wurde es dann einfach genannt. Ja, Zitat sagt er hier weiterhin. Von Teilen der Wissenschaft hatten wir die Ansage, dass das genügen könnte. Das war aber ein Irrtum. Ja, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn er jetzt hier sagt, der Lockdown light war falsch und dass er hier Fehler zugegeben hat, möchte ich nochmal auf seine geliebte Frau Merkel hinweisen. Zitat, im Großen und Ganzen ist nichts schief gelaufen. Gerade geäußert am Dienstag, glaube ich, diese Woche war es, als sie sich hier in dem knallharten ARD-Interview gestellt hat. Da sieht man mal die Wahrnehmung von der Frau Merkel und die wirklich eigene Akzeptanz dazu zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und nochmal Leute, ich bin nicht derjenige, der sagt, das war jetzt ein Fehler, du gehörst jetzt in die Ecke, ab mit dir. Oder sonst was. Nein, Fehler zu machen ist gut, wichtig und auch richtig. Und das wird in unserer Gesellschaft leider immer wieder verteufelt. Du hast einen Fehler gemacht, schon als Kind. Nee, das war falsch. Das darfst du so nicht machen. Wisst ihr? Und das ist das grundlegende Problem. Wir werden damit schon aufgezogen, so rein erzogen in diese Mentalität. Fehler machen sind böse, Fehler machen sind schlecht. Und nochmal Leute, jeder macht Fehler, ich mache täglich mehrere Fehler, gar keine Frage. Aber das Wichtige daran ist doch einfach, Fehler zu sehen, zu verstehen als nächstes. Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Und daraus dann auch zu lernen, wie kann ich denn jetzt zukünftig vorgehen, um diese Fehler zu vermeiden? Weil wenn ich das nicht hinkriege, bringt es ja gar nichts. Ja, und dann haben wir jetzt mal wieder einen Blick hier auf Österreich. Grüße an alle österreichischen Zuschauer, gehen raus. Habe ich jetzt länger nichts mehr darüber berichtet. Und hier wurde ein interessantes Interview von der Welt geführt mit Sebastian Kurz, Bundeskanzler seines Zeichens. Zitat, ich sehne den Tag herbei, wo wir keine Grundrechtseingriffe mehr vornehmen müssen, heißt es jetzt. Und wer das nicht mitbekommen hat, ab Montag, also ab morgen, gibt es ja eine Lockerung der Kontaktbeschränkung, trotz der aktuell noch hohen Zahlen. Und warum wird das Ganze gemacht, frage ich da mal. Vielleicht, weil es zahlreiche Demonstrationen in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat und einfach gemerkt wird, dass die Bevölkerung sich nicht ewig alles bieten lässt, was da gerade in Österreich passiert. Offiziell wird das Ganze ein bisschen anders begründet. Ihr könnt eure Vermutung gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Hier heißt es, er äußert sich, Zitat, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und gehen äußerst behutsam vor. Wir setzen nicht nur vorsichtige Schritte der Öffnung, sondern haben parallel dazu auch einige massive Verschränkungen, sorry, Verschärfungen vorgenommen. Etwa bei der Einreise. Wer in die Schule geht, muss dort in der Früh zunächst einen Test machen. Selbiges gilt für alle, die zum Beispiel den Friseur besuchen wollen und so weiter. So wird das Ganze offiziell hier bekundet. Ich glaube allerdings einfach, es liegt ganz klar daran, dass er gemerkt hat, die Bevölkerung ist mit der Situation sehr unzufrieden. Es sind zu viele Leute auf den Straßen, denen die Sachen nicht passen. Gerade die Demos in Wien, nicht Berlin, sondern in Wien, sind sehr, sehr groß geworden, sodass hier Handlungspotenzial, Bedarf vorhanden war. So rum ist es richtig. Ja, und selber sagt er hier auch, und das muss man ihm zugute halten, ne? Das ist jetzt so das eine, was ich vermute, aber auf der anderen Seite sagt er ja auch, Zitat, ich möchte endlich mal wieder mit Freunden auf ein Bier gehen. Also, ich weiß, man muss den Herrn Kurz genauso kritisch betrachten wie alle anderen Politiker auch, keine Frage. Aber was ich bei ihm sehe, ist bürgerliche und menschliche Nähe. Und die sehe ich bei einer Frau Merkel im Vergleich absolut nicht. Wirklich gar nicht. Wisst ihr, der Herr Kurz kann meiner Meinung nach immer noch so eine, wie soll man das nennen, so eine Art Lebensrealität, die wir als Volk haben, nachvollziehen und Empfindungen dafür. Ob das gespielt ist oder nicht, das will ich nicht unterstellen, das weiß ich nicht zu beurteilen. Aber das sehe ich hier auf jeden Fall an der Stelle. Und das vermisse ich, diese Einsicht, dass das notwendig ist, dass wir das alle benötigen und alles, bei unserer Frau Merkel definitiv. Schreibt eure Meinung unten rein. In diesem Sinne, Freunde, jetzt bin ich raus. Heute ist auch ein neues Video im Olli-Investiert-Kanal voll und online gegangen, bezüglich sieben Aktien, die wir analysiert haben. Guckt da auf jeden Fall gerne rein. Wir sind auch schon über 3000 Abonnenten, also mega krass. Genau, richtig, richtiger Zeitpunkt für diesen neuen Kanal, glaube ich. Weil viele Leute möchten natürlich aus dieser Negativ-Situation, in der wir uns befinden, auch ein bisschen rauskommen. Ich genauso. Und das sieht man mir mal auch andenklich in diesen Videos. Da habe ich wirklich nochmal richtig gute Laune einfach, weil mir das Thema sehr, sehr am Herzen liegt und auch Spaß macht einfach. Ja, in diesem Sinne, wir machen wahrscheinlich heute Abend noch einen Livestream. Mal gucken, wie das Wetter bei euch sich noch so entwickelt und bei mir. Können wir nachher darüber sprechen im Livestream. In diesem Sinne, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Das freut mich sehr. Abonniert diesen Kanal hier natürlich. Olli investiert natürlich drüben auch. Und jetzt die Meinung in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten und ciao.